Hast du schon gehört? Farid Bang macht sich über YouTuber Mois lustig. Yo, ich bin Mois. I miss Leo, my father. Farid, give me a little... Nach Lodi, ja. Nach Lodi, wollte er sagen. Farid und Mois haben Beef. Farid macht sich im Internet einen Spaß draus und ist auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn Mois. My son is homeless right now and I'm searching for him. He don't have money. Und auf der Straße hat Farid jemanden gefunden, der Mois etwas ähnlich sieht. Mois? Mois, was passiert? Ich hab was da, wenn du was brauchst. Eigentlich warst du ein guter Mann, aber was aus dir geworden ist? Ja, das ist die Strafe. Die Strafe, ne? Die Straße und die Strafe. Mois hat die Schnauze voll und will den Beef zwischen den beiden in einem Boxkampf beenden. Komm in den Ring, Farid. Ripp mich weg. Du bist doch hart. A wonderful good morning, my son. Nachdem er all meine Accounts sperren lässt. Yo, ich bin Mois. I miss Leo, my father. Farid. Für mehr Rap News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Hier halt nicht auf dem Laufenden.